Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Afufu. Heute mit einem Freund, den habe ich in Wendem Duos getroffen. Er kann mich wieder hören, aber er kann halt leider nicht reden. Also, ja, wir spielen heute einfach ganz normal Duo. Ja, erstmal einfach so spielen fürs Video. Nein, okay. Warte mal, ich nehme an, also. Die Runde startet gleich. Ja, ich markiere dann gleich, wo wir landen. So, wir landen, wir landen einfach bei dieser Tankstelle. So, Freunde, ich hoffe, man kann alles gut sehen. So, jetzt steht's ja gut. Kann ich das auch wieder schön stellen? Genau. So, dann meine Tankstelle. Freunde, stellt euch mal vor, das wird eigentlich einfach ein Wind. Oh, das wäre heftig. Bum, bum, bum. Dick kaputt machen. Oh, das war's. Oh. 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 Okay, lass mal die Spiderman-Händige holen, die hier sind. Oder ne, wir holen die woanders. Die Züchter wissen natürlich schon, wo. Ne, ich mag die auch mal. Huch. Na, oder? Ja. Oh mein Gott, das ist so schnell. So lange habe ich mir diesen Lambo gefahren. Sonst bin ich immer mit den Quacksprechern gefahren halt. Und das wisst ihr ja auch. Okay, lass uns kommen. Oh, hat das eine Rampe? Wie geil. Oh mein Gott. Warte, wir müssen nochmal zurück. Ich will die Rampe hochfahren. Okay, let's go. Oh mein Gott. Ja, okay. Das war jetzt nicht so krass. Ich dachte, das wäre krasser. So, hoffentlich hat das Wollmänner noch. Hoffentlich hat noch niemand das Wollmänner geholt. So, aussteigen. Oh, da sind deine. Kannst du haben, ich hol mir die anderen. So, da sind wir die anderen. Ja. Äh. Ja, wir fahren wieder Lambo. Oh. Oh mein Gott. Au. Nochmal. Oh mein Gott. Du hast nie fahren. Okay, komm mal mit. Ich will dir mal was zeigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und boost. Und boost. Ich bin einfach ein Baum. Und boost. Oh. Oh! Boom! Ja, wow. Das war zu den Gegnern. Freunde, entschuldige. Das sah so gut aus. Hallo, sind die Gegner? Ich möchte Gegner kennen. Wow! Jo, warum fliege ich? Jo, okay, Gegner, ich hab dich bemerkt. Äh, bist du dumm? Der hat sich grad selbst mit einer Granate gekickt. Bist du dumm? Hä? Wie dumm kann man sein? Der wirft einfach eine Granate so in sich rein. Ich glaub, der dachte, hm, der ist zu gut. Erstmal so schnell killen. Der soll den kill nicht bekommen. Der soll den kill nicht bekommen. Nein, das ist... Oha, was zu den Gegnern. Ach, der ist vor uns? Ja. Oha, ich brenne! Warum rennt's hier? Ich brenne! Ich brenne! Let's go, Spider-Man! Ich brenne! Zwei. Zwei. Ich brenne! Oh, Gegner! Hier, Gegner pushen. Let's go! Ich brenne! Komm zu mir! Das ist ein Gegner. Können wir pushen. Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Oh nein! Wenn ich die noche rüberrehe, dann habe ich die Augen. Oh nein! Why? Why are you so low? Weniger Schüsse. Ja. Oh. Oh. Okay. Das nehme ich gleich. Das wird die Kombi mit dem Ruby Skin eigentlich ganz cool und den Skytrip-Refekt-Ding. Ich habe halt die Settings, dass ich einfach durch die Zone gucken kann. Ist so geil. Ist das denn vielleicht wer? Ist beide wer? Ich glaube schon, ne? Ah, du bist ein Rift. Wo legen wir hin? Achso, in die Zone. Stimmt. Nicht nur in die Zone. Ich habe das voll vergessen. Ist das ein Gegner? Oh ja. Aber es geht. Ich habe ihn noch mal mit. Ich habe ihn. Ist da noch wer? Ja. Da ist noch wer. Ja. Ja, ich gucke ihn auch mit zweitem Ende. Er ist rechts. Ach, jetzt haut er ab. Was ist er denn für einer? Hä? Wo ist denn der jetzt? Vor uns aber auch nicht. Ah, da. Okay. Ich glaube, der ist da noch. Ist der hier? Er ist hier. Ich habe ihn. Daher hat das noch wer anders. Hä? Wir spielen noch keinen Trios. Hä? Hä? Was war das denn? Hä? Was war das denn? Wir spielen noch gar keinen Trios. Hä? Was war das denn? Haben die geteamt? Nee, hä? Hä? Was? Das war eigentlich ein anderes Duo. Ich dachte, das wäre einer. Schade, Freunde. Wie lange geht das Video schon? Zwölf Minuten. Wir schaffen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde. Achso. Okay. Wir machen noch eine Runde. Das schaffen wir noch. Aber was? Da waren einfach zwei. Obwohl das eigentlich... Ich dachte, das wäre der, der abgehauen ist. Mann. Der da ist direkt noch ohne. Oh, ein Cup startet gleich. Ein Trio Cup. Ne. Ein Solo Cup ist das. Was kann man denn machen? Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Nágāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā ok wir landen bei diesen zwei händen warte ich mag hier da du landest wieder du landest ne quatsch du landest bei diesem baum da da sind welche ok hier sind welche meine ok hier las mal hier hin also befolgt man einfach miau 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 ich gehe hier oben ins dach ich gehe Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die sind da. Hä? Ach komm, warum macht die Pampen jetzt so viel Scham? Ja, okay, Freunde, das war es mit dem Video. Ciao.